Jubiläum der goldenen Henne, Inka Bause erhält Preis und äußert überraschenden Appel. Leipzig, zum 30. Mal ist die goldene Henne an Stars aus Musik, Film und Sport vergeben worden. Auch Helden des Alltags wurden geehrt. Peter Maffay, 75, Roland Kaiser, 72 und Inka Bause, 55, gehörten zu den Gewinnern der goldenen Henne 2024. Der Medienpreis ist am Freitagabend in Leipzig zum 30. Mal vergeben worden. In der Jubiläums-Liebes-Hoh wurden insgesamt elf Hennen verliehen. Moderiert wurde die Show von Florian Silbereisen, 43, und Barbara Schöneberger, 50. Die goldene Henne wird gemeinsam vom MDR und der Zeitschrift Super-Illo vergeben. Vier Publikumspreise gingen an Entertainerin Inka Bause, Schwimmolympiasieger Lukas Mertens, 22, Schauspielerin Caroline Herford, 40, und den Sänger Vincent Weiß, 31. Inka Bause appellierte in ihrer Dankesrede an die Veranstalter, die goldene Henne zu erhalten, auch wenn die Sparzwänge immer größer würden. Ehrenpreise für Maffay und Kaiser. Zudem wurden sieben Ehrenpreise vergeben, darunter in der Kategorie Musik an Roland Kaiser. Der Sänger und Komponist Peter Maffay wurde für sein Lebenswerk mit einer goldenen Henne geehrt. In der Kategorie Charity wurde der Wünschewagen Sachsen ausgezeichnet, der schwer kranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllt. Die goldene Henne ist eine aus Bronze gegossene Skulptur. Seit Bestehen des Preises wurden nach Angaben der Veranstalter insgesamt 280 Hennen übergeben. Rekordpreisträgerin ist Helene Fischer, 40, die acht Auszeichnungen eingeheimst hat. Danach folgen Wolfgang Stumpf, 78, mit sechs Hennen und Karm Nebel, 68, mit vier Trophäen. Die Auszeichnung wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um speziell ostdeutsche Künstlerinnen und Künstler zu würdigen. Inzwischen sehen die Veranstalter sie als gesamtdeutschen Publikumspreis an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017